Konnichiwa, meine Freunde! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und es gibt eine Reaction hier auf dem Kanal von dem Livestream. Denn ich bin jeden Dienstag um 20 Uhr live. Da könnt ihr gemeinsam mit mir zusammen reacten, ein paar Videos schauen. Und ja, entschuldigt bitte die noch nicht so gute Qualität. Es kommt aber alles Stück für Stück. Lasst gerne trotzdem ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefällt. Es wird besser. Ich verspreche es. Wir sehen uns. Ciao! Schauen wir noch ein Video an. Heute geben wir uns einfach mal Videos I found on Reddit. Diese Videos haben ja immer lustigere Titel, finde ich. Ja, es ist so ein bisschen Daily Dose auf Internet mäßig. Einfach ein paar lustige Videos zusammengesucht. Schauen wir mal rein. Die 154. Wird das was sein oder nicht? Wir werden sehen. Let's go have fun! Keine Ahnung, was jetzt passiert. Das ist so random halt. Achso, das ist ein Bild! Das ist ein Bild! Oh, wie mies! Sie stehnt sich. Oh, ich wäre auch so hart dagegen gerannt, Alter. Oh, wow, wow. Oh, wow, 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 wow. Ich sehe schon, was das ist. Japanische... Ich weiß nicht, ob man unten drückt oder am Bildschirm. Wenn er am Bildschirm drücken muss, das wird jetzt nur noch so gehen. Hundertprozentig. Es wird so krank sein. In Japan? Alle! Was? Wie viel Geld schmeißen die in diese Automaten rein? Das ist so krank, weil ein Spiel kostet ja 1 Euro. Du kannst nicht lange spielen. Also, vor allem diese Geschicklichkeitsdinge, so Guitar Hero-like. Richtig ehrlich. Okay, let's go. Miss, 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 miss. Failed. Okay, alles klar. Oh, bitte merkt das. Oh, bitte merkt das jetzt erst. Oh, das ist der, wenn er gerannt ist, Alter. Er hat eine Wasserflasche. Er versucht es. Oh, Mann. Alter, hat der das versucht zu ranken, oder? Was ist denn da passiert? Und weg. Ihr habt zuhause mal noch, oder? Alter, wie krank. Wie kommt der jetzt wieder zurück? Das ist so gut. Okay, das ist schlecht. Okay, das ist schlecht. Okay, ich gebe dir 5$, wenn du mich lachen kannst, ohne meine Kopf zu reden. Ich gebe dir 5$, wenn du mich lachen kannst, ohne meine Kopf zu reden. Ich bin bald. Okay. Und das ist gut. Und das ist gut. Ich bin bald. Das ist gut. Alter! Alter! Was machst du? Was machst du? Was machst du? Okay. Ver. Towards. Ver. Glass. Ver. Or. Ver. 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 A green worm pours a glass towards a glass maker around eight o'clock. Schliess so'n scheisse. Ver. 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 Alter, wie gut! Okay. Warte mal. Hä? Haben das ja seit neuestem alle Badräume so in irgendwelchen Diskotheken oder so? Ich hab das letztens mit so einem Riesenbutton gesehen. Hä? 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 So geil. Okay. Was mit ihr los? Oh süß. Cut me, liking, not und zoom. Wake up! Get on your zoom! Get on your zoom! Alter! Hä? Was hat er gemacht? Get that shit! Okay. Er hat den Ofen eingehauen, Alter! Er hat den Ofen eingehauen! Oh! 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 Wie geht's jetzt noch weiter? Was ist noch nicht wirklich passiert, oder? Wie gut! Oh Gott! Oh Gott, Alter! Oh Gott, Alter, der Arme! Oh Gott, Alter, der Arme! Oh Gott, Alter! Ah ah ah! Huh? Was ich hier so? Was ich hier so? Ich hab's nicht gecheckt. Tiere sind schon lustig. Ich hab auch so einen. Der Hund fühlt es übelst. Er sieht mir egal. Wie sauer sie ist. Fucker? Alter. Okay. War nicht schlecht. Kann man lassen. Schon besser gesehen, aber war echt lustig. Videos erfahren auf Reddit geht eigentlich immer so als kleine Kost zum Abend. Und dementsprechend würde ich sagen, seid ihr hoffentlich auch alle jetzt müde. Und wir hören jetzt auf. Wenn's dir gefallen hat, lass gerne ein Like und ein Abo da. Glaub mir, tut mir leid, die Qualität wird besser, wie gesagt. Es pendelt sich noch ein. Es wird alles. Also, danke, dass du da warst. Danke, dass du zugeschaut hast. Wir sehen uns beim nächsten Video. Sayonara! Ciao!